Was wir wollen, ist ein echter Neustart. Ganz frisch und rein. Der Laden soll ein Publikumsmagnet werden. Wir haben hier alle Eckdaten zusammengefasst. Wir brauchen mehr Geld. Faltet endlich dieses Ding ab! Wie haltet ihr das auf? Stört mich nicht. Das ist ein Facelift, keine Entkernung. Bearish ist irgendwie beides. Wir brauchen sechs Monate bis zu hören. Sechs Monate? Und das ist überheblich. Verrückt! Immer noch das Chaos-Menü? Ja, Chaos-Menü, aber durchdacht. Boah, eklig. Wir brauchen ein Reset. Ich versuche positiv an die Sache ranzugehen. Die Zeit läuft. Wir schicken euch beide auf eine Kochschule. Ich sehe hier nur noch lauter Sydneys. Schau ihm nicht in die Augen. Am besten wären fünf Tage die Woche. Ja, ich kann nur freitags nicht. Samstags auch nicht. Wann spreche ich mit dem Küchenchef? Das tun sie. Oh. Schimmel! Jetzt flipp nicht gleich aus im Ruf nach Watt. Mom! Na los, ruf! Mom! 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 Sie kann dich nicht hören. Mom! Was ist denn, Schätzchen? Ich bin der Supervisor. Supervisor von Watt? I need a chance, a second chance, a third chance, for a chance of one to see you now. Du schaffst das, Baby. Ja, Chef. Echo! Wie geht's dir denn so, Bersada? Ich eröffne ein Restaurant. Wir müssen hart arbeiten. Und alles im Blick haben. Und den Namen, den liebe ich immer noch. Den kannst du doch gar nicht wissen. Natürlich weiß ich den Namen. Wir haben niemandem den Namen gesagt. Du hast ihn mir hundertprozentig gesagt. Ich kann nicht fassen, dass du den noch weißt. Da steht Original Birth. Ja, das war ein Fehldruck. Ist ein Sammlerstück. Ja, das war's.